Hallo Leute hier, herzlich willkommen auf dem Kanal StundoGaming und heute schon über den Fuß Simulator in Roblox. Und ich würde sagen, wir legen ja auch gleich los, wir treten hier mal ein bisschen. Warum eigentlich immer nur mit einer Seite? Egal. Jetzt ist er voll, jetzt müssen wir Schlacht machen. Kampf. Hallo? Kampf. Ah. Auch 40 Siege oder was? An. Okay, so. So. So, 30. Und 40. Jetzt muss ich ein Haustier kaufen. Okay. Wachen wir doch mal. Dies hier. Okay. Kaufen wir uns ein Ei. Ein Hund haben wir gekriegt. Mein Gott. Gut, den haben wir auch schon ausgerüstet, wie man uns schwer erkennen kann. Warte, wie viel macht der? Mal fünf. Der Hund ist... Der Hund ist... Sieht denn der Hund aus? Warte mal, hä? Ach, keine Ahnung von wem das... Also, egal. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Also müssen wir jetzt hier immer die ganze Zeit machen oder kann man auch irgendwas anderes machen? Können auch bestimmt drehen, oder? Ja, man kann immer am Anfang drehen. 1000 Power haben wir jetzt. Damit können wir noch nicht da rein. 100 Wins. Äh. Hm, Upgrades. Aufwerten. Nicht genug Edelsteine. Okay, man muss 100 Edelsteine haben, um hier irgendwas aufzuwerten. Bendy irgendwas? Ich weiß es nicht. Store. Hm. Okay, interessant, interessant. Ich überlege gerade, was kann man hier sonst noch machen, außer Haustiere kaufen? Denkt man, dadurch kriegt man... Oh, ist denn ACDI hat da. Die Siegel kriegt man durch diese... Winner. Also, durch diese Dinger hier. 100 Wins brauchen wir für ein... Ja, wir machen erst mal kurz... Ja, komm, wir machen einmal das hier eben kurz. Dann geht das nämlich schneller. So. Zack. Zack. Komm, wir können auch weitermachen. Okay. Zack. An wie viel müssen wir denn hier machen? Wart mal kurz. Damit wir hier die 250 haben. Also das teuerste ist... Also das teuerste, was heißt das teuerste? Das meiste sind 75.000, Alter. Goldene Maschine. Goldene Haustiere. Ey, wo ist mein Haustier jetzt hin? Habe ich mein Haustier oder was? Äh? Check ich nicht. Hm, egal. Gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Okay, gar nicht. Gut, dann war... Ach so, da sind 15.000. Hier, 2050 muss ich machen. So. 400 Wins. Okay. Aber das könnte später gar nicht ein bisschen kurz lauter werden. Weil die hier bohren. Okay, so. Wüstenspinne, geil. Äh, Pads. Na, irgendwie ist das Spiel hier verpackt so ein bisschen. Hä? Egal, auf jeden Fall haben wir die jetzt ausgerüstet. Hm. Ja, komm, wir gehen nochmal auf. Ich würde sagen, nochmal auf. Dingens. So. Let's go. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so zwei weitere Tiere. Also müssen 800 haben. Dann gucken wir mal, was wir da bekommen. Der Zaun ist einfach weg. Jetzt 800. Oh. Ich hab's ausgeschaltet. Ist aber jetzt. Hallo? äh jetzt wüsse spielt schon wieder wüsse ein vogel hat deshalb ein bisschen besser hier 15.000 bräuchert für jeden so machen wir halt hier die ganze zeit erstmal mal kämpfe würde ich sagen so ich brauche jetzt noch mal 15.000 für den können uns mal neue füße kaufen irgendwie komisch für 1000 grüne wir haben jetzt grüne können wir uns hier mal so weiß ich glaube plus zehn prozent kraft machen die eigentlich für geil machen alle plus zehn ne machen wir alle plus zehn kraft oder was egal überhaupt dann ja jetzt sagen ok machen wir weiter machen wir mal weiter so 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 BAM! Ah, ich hab schon 16.000, ups. So. Machen wir jetzt mal den hier. Wie viel kriege ich da jetzt von? 3.000 habe ich jetzt. Oh, Geschenk. Hä? Ich hab doch gerade eins gekriegt. Wo ist es denn jetzt? Hm. Irgendwie ist es weg. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Video noch mal verlinkt. Macht die Video-Glogin, damit ihr kein Video mehr verpasst. Abends drauf auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Ciao, ciao. Auch wenn du's grad 7 Stunden trenn, ich würd 1000 Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berge klemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu brennen. In deinen Armen zu brennen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berge klemmen. Würden Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu brennen.